Ich hab mir nen Helm gemacht, aus Leder. Guck mal hier, Zuhälter, Digga. Zuhälter-Cap, Bitch. Yo, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge. Bloody Bitch, du schießt voll mit deinem Charakter. Und nein. Wieso hab ich, ich hab X-Ray an, Digga. Ja, weil du schielst. Hä? Das ist ja grad richtig behindert. Nein, vielleicht rendert er einfach nur die Welt nicht. Ja, aber ich seh die Höhlen und so. Ist doch gut, such uns eine. Digga, das ist doch... Das ist illegal. Reconnecte, ich mach schon mal weiter hier. Aber direkt, Junge. Direkt reconnecten. Nee, ich seh's immer noch so. Alla, Junge, ganz ehrlich, kann man dich einmal alleine rauslassen? Nee, kann man nicht. Haben wir eigentlich schon ne Begrüßung gemacht? Ich hab noch ne Hose gemacht jetzt. Haben wir ne Begrüßung gemacht? Ich hab ne Hose gemacht. Okay, sorry. Ja, warte. Das war ein Hitzschuss. Digga, Alex. Ja, kurz Minecraft neu starten. Was ist denn da schon wieder los? Soll ich auch runtergehen? Nee, nee, bleib drauf. Mach du mal weiter. Ja, aber meine Zeit läuft ab, ne? Ja, schon. Ist es denn schlimm, wenn einer von uns 139 und der andere 140 Minuten spielt? Letztes mal nicht. Ich hoffe es zumindest. Da sollte es auf jeden Fall relativ fix raufkommen, weil ich bin jetzt hier. Okay, perfekt. Weil es wird dunkel. Wir chillen uns gleich in die Höhle da. Ich mach dir jetzt noch ne Hose. Warte, ich mach dir jetzt noch ne Hose. Zack. Jetzt mal Render Distance auf 16. Jetzt geht's wieder. So, Alex, Hose. Fackeln hab ich 16 Stück. Ich nehm alles wieder aus den Öfen. Ja, was? So. Ah, fuck. Meine Sitz. So. Schuhe gab's nicht mehr so zufällig. Nee, ich hab keine Zeit dafür. Okay. Alter, der Enderman, ne? Pass auf, gell? Nicht, dass er dich wieder tötet. Digga! Treff ihn nicht. Alex? Ja, bin da. Bin da. Schlag ihn. Alex? Alter! Wie viel Leben hatten der? Oh! Digga, ich hab zweieinhalb Herzen. What the fuck, Alter? Da richtig missgeburt. Pass auf, Creeper. Creeper. Okay, okay. Raus, raus, raus. Halbes Leben. Raus. So, noch drei Herzen. Alex! Folge mir! Bin da, bin da. Bin da. Alle. Wir müssen, lass uns in die Wand bauen und erstmal ne Farm basteln. Warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Hier jetzt. Ne, komm mal her. Ja. Ähm, wir gehen jetzt, Kohle, 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 Kohle. Du baust hinter uns bitte mit irgendwas zu, was genauso aussieht wie die Steine hier, ne? Ich hab Gravel genommen. Ja. Warte, ich geb dir mal kurz die roten Steine hier. Ich dachte grad so, der wirft sie unter mich. So. So. Wo sind die denn jetzt? Dann machen wir das jetzt so, jetzt bauen wir uns hier so ne längliche Farm, weil wir haben ja noch genug Eisen für einen Eimer. Ja, wir brauchen halt Erde und Wasser, ne? Ja, Erde hab ich genug und Wasser kann ja einer schnell holen. So. Ich ess mal die Steaks anstatt die... Digga, ich hab nur noch 8 Karotten, alter. Nicht schlimm. So. Warte kurz. Ich brauche eigentlich diese verzauberte Spitzhacke immer wieder. Wenn man stirbt? Ich schätz mal ja. Wenn man stirbt. Ja gut, dann sterbe ich jetzt jedes Mal nicht. Genau. Das ist richtig gut. So. Wie kann man sich nochmal Leben anzeigen lassen? Ähm. Teams. Ne. Slash Team. Ne. Slash Team. Ne. Ja. Slash Teams. Nein. Einfach nur Slash Teams und dann stehen da alle Teams. Und Team 8 hat noch 2 Leben. Oh lol. Team 15 hat 0 Leben. GG World Trade. Hast du noch 2 mal Erde bitte? Ne hab ich nicht. Ähm. Wie kann ich... Wo kann ich den... Den Chat ändern? Wo kann ich den Chat kleiner machen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh. Chachong. Good odds. Äh. Scale? Ist das Scale? Ja. Gut. Ähm. Ein Eisen hab ich noch. Drei hab ich noch. Gut. Ich glaub jetzt sind alle runter oder? Da ist der Tarnisch noch da. Ja. Aber der ist ja mit Jonas und einem Team. Ja gut. Dann können wir uns jetzt frei bewegen würde ich mal sagen. Hm. Ich mein es hat zum einen Vorteil dass wir so spät aufnehmen. Zum anderen halt nicht. Na nehmen wir mal den. Also von der Uhrzeit her oder allgemein jetzt? Allgemein jetzt. Warum? Ja weil wir nicht so gefickt werden. Wir sind nicht die ersten die ausliegen. Hä. Holst du. Das. Das hier sowieso nicht. Magst du Wasser holen? Denkst du traust du dir das zu? Ne. Ich hab jetzt erstmal nur Erde geholt. Ok. Perfekt. Ich müsste zwei Eimer holen. Ja. Mach mal. Ja wir brauchen ja. Weiß nicht. Brauchen wir hier ne unendliche Quelle? Ne ne. Mach mal zu. Ah warte ich mach zu. Komm mit. So ok. Da ist ein Skelett. Bis. Ich hab immer Angst dich zu schlagen weißt du dich zu treffen. Von früher noch. Ne da brauchst du jetzt keine Angst mehr haben. Hau einfach drauf Rudi. Das sind halt auch passend nachts ne Monster wieder. Kennen wir ja. Bleib. Deck du mir einfach den Rücken. Ich renne einmal durch und einmal zurück. Geht euch ne Spinner von uns? Oh lol. Oh ja. Hier ist ne Hülle. Hier ist ne große Hülle. Ja da können wir ja später noch rein. Wenn wir ein paar bisschen Sachen machen sollen. Einmal hab ich. Oh ich muss definitiv essen. Ja ich auch bald wieder. Meine Karotten sind dann weg. Pass auf. Ich seh schon kommen. Wenn wir jetzt die Karotten anpflanzen. Irgendwann fangen wir bestimmt an die auch zu essen. Und dann kriegen wir automatisch 32 neue. GG. Ich muss rennen. Creeper. Ne. Hier. Ach da. Hier. Aber das zeigt ja schon mal dass es gut versteckt ist. So. Ja wenn wir es selber nicht finden. Ach ne Hake brauchen wir jetzt noch ne? Hab ich schon. Ja nice. Ich denk ich hab nicht einen angepflanzt. Ist das jetzt Weed oder sind das Karotten? Das ist Weed. Ja oder so. Scheiße Alter ich glaub das scheiß Skelett hat nix gedroppt vorher. Ne ich hab's aufgenommen. Achso. Dann hast du äh. Knochenmehl. So. Äh. Also solltest du haben. Sobald du es. Ich habe zwei Knochen ja. Und ich habe jetzt sechs Knochenmehl. Karotten erstmal oder Weed machen? Was wollen wir? Da mach er ja Weed wegen ähm. Das muss fix jetzt gehen. Was denn? Hab ich verdrückt. Alter wie ich jetzt nur noch eine Karotte hab ey. Ich frag erstmal alles andere du Loser. Ich hab einen Rottenflash wow. Lebt bei mir Alter. Lebt. Okay. Aha. Lebiosson. The Guardian Lebiosson. Oh. Ja es wär cool wenn wir ein paar Skelettefarben gehen. Ja. Ich würd das aber nicht ohne Essen machen. Hier hast du so drei. Kannst du mal deine Kiste hinstellen? Ich würd gern ein paar Sachen loswerden. Eine Kiste. Eine Kiste. Gerne doch. Alex. Anfänger. Es wird nix. Du musst sie da hinlegen jetzt. Da an die Ecke. Ich wollt nur die andere. Weiß weil der Deckel sonst nicht aufgeht ja. Richtig. Du hast die äh Crafting Box. Klipp die? Ahja. So. Das kommt weg. 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 Weg. Äh weg. Das brauch ich noch. Das kann erstmal weg. Händerperlen pack ich auch mal hier rein. Ja die würd ich ins Backpack packen. Die dürfen ja unsere Base looten ne? Das wir. Die dürfen. Die Gegner. Dürfen unsere Base looten ne? Achso ja. Jetzt mittlerweile ja. Weil wir ja nach der Schutzzeit aufnehmen. Ja ich hab äh Eisen auch ins Inventar gepackt. T. Slash. BP. So. Dann die Enderperlen rein. Ja. Okay. Ich hab noch Sticks. Pfeile brauch ich auch nicht. Fackeln brauch ich. Seeds liegen hier. Das wächst und gedeiht. Seeds mach ich auch mal hier. Wobei Seeds würde ich auch eher ins Backpack packen. Ja dann mach das. Weil nachher wir werden gelootet haben. Keine Seeds mehr. Müssen neu fahren. Gunpowder brauchen wir ja nicht. Sticks. Boah ich hab jetzt zwei Sticks mit. Warte. Haha. Stonehoe. Haha. Ho war schon. Witzig alter. Alles danke. Okay. Aus gehts. Vielleicht sollte ich mir noch ne zweite Spitzhacke machen. Das wär gar nicht mehr so doof. Ja meine geht noch. Das ist eh scheiße. Wir können ja jetzt eigentlich rumlaufen wie wir waren alter. Glückwärts. Ja aber wir brauchen nur trotzdem ne Spitzhacke. Ja ja ich mein nur wegen vorsichtig sein. Ich lass die Fackeln mal. Achso. Ich hab die ja in der Hand. Ich lass die Fackeln mal außen vor. Oh lol. Pass auf unter uns ist Lava wenn du gleich irgendwas abbaust hier. Okay. Ja da ist die Flöten gegangen. Oh ja jetzt ja ja ab jetzt fängt der langweilige Teil an meine Freunde. Farmen? Ja. Ne ja und das. Wollen wir auch Unterhalts umgestalten. Ahh aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Genauso will ich das Alex. Genauso muss der jetzt sein. Ich fahr noch jetzt nicht 12 mehr und Kohle Stücke Alter. Ich such mal die. hier müsste irgendwo... das Wasser und da ist die Lava. Perfekt. Vielleicht finden wir hier ja Diamanten. Hey, leider nicht. Wenn wir welche finden, müssen wir es melden. Na ja, mit Obsidian an sich kann man ja nichts anfangen. Na gut, Zaubertisch oder? Später. Ja, aber wir haben keine... Du hast eine Eisenspitze. Ja doch, mach mal. Geht es mit einer Eisenspitze oder geht es mit einer DIA? Achso, stimmt, DIA. Aber vielleicht geht es damit auch. Lass mal, die ist ja verzaubert. Gucken wir mal. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Oh, ihr seid so doof. Oh mein Gott, was tut ihr? Was macht ihr? Nein, das geht scheinbar nicht. Warte kurz. Minecraft for Dummies. So, gut. Hier ist nichts, dann wollen wir mal raus und die Skelette ficken. Ja. Jetzt werden wieder Mütter gefickt, weil... Nein, nein, pssst. Jetzt werden wieder Mütter gefickt. Genau, Alex. Lass bei dir. Ja. Aber hier wird gar nichts gefickt. Geblieb! Huuu! Genau. Was? Dein Hurensohn, ey. Dig, Alex! Oh Gott, der ist noch nicht so... Nein, Mann! Ich hab das im Griff. Ich hab das im Griff, sagt der, Alter. Ja, ich hab das nicht gesehen, wie ich es im Griff hatte. Ist er explodiert? Nein! Der Tupra, der Boy. Wir können ja auch mal allgemein was zu essen finden. Guck mal, hier ist ein Schaf, das können wir braten. Schweine, Schweine. Guck mal, perfekt. Ich sehe sie da hinten schon. Oh, ich erinnere mich noch an UHC-Battle, Alter. Oh Gott! Digga, da waren Creeper in... Ja. Hab's gehört. ...in dem Busch. Hähnchen. Warum hält denn das so viele Schläge aus, Alter? Ach ja, du meinst unsere Schweinefarbe, wo wir auf einmal die 200 Schweine gefunden haben? Nee, ich mein ganz... Das war mit deiner Stimme. Nee, ich mein ganz am Anfang, als ich dich dann geschlagen hatte und du einfach mal zweieinhalb Herzen weniger hattest. Ach so. Und dann am Ende der Folge, als du mich geschlagen hast und ich 80 Herzen weniger hatte. Digga, was schlägst du denn wie so ein Irrer drauf? Du musst mit Gefühl schlagen mittlerweile. Ich lag überhaupt nicht mit Gefühl, Alter. Hier wird gespammt, so wie man's kennt von Minecraft. Okay, was ist hier? Hier ist noch eine Höhle. Alter, ein Essen geht so schnell runter, Mann. Warte, ich hab keine Knochen, ne? Sonst hätten wir Hundis holen können jetzt. Das wär natürlich ultimativ geil gewesen. Oh, unsere Hundis. Ja, Mann, das war cool. Ja, aber irgendwie waren die auf einmal weg. Carrots sind übrigens... Oh, du hast grad ein bisschen geleckt bei mir, ne? Also unsere Hundis waren ja irgendwann auf einmal weg, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, weil ich meinen ins Wasser gesetzt hab und so. Weil du meintest, mach, dass er ruhig ist. Erstmal hab ich gesagt Sitz und dann ist ich halt sitzen geblieben. Hier ist noch ein Chicken. Ich renne jetzt mal nicht, ich hab keinen Bock Hunger zu verbrauchen, weil ich hab kein Essen mehr. Da ist ein Skelett. Perfekt. Ja, Türkenkreis, gib alles. Nö, hier sind nur zwei Pfeile. Warte. Ja, der im Kopf auch. Ja, aber ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo unsere Basis ist, Digga. Ja doch, ich weiß es. In die Richtung hier, ne? Ja, genau. Denn übrigens nicht nur, dass du's weißt, gell? Da sind noch Sheps. Theoretisch könnten wir ja jetzt schlafen, wenn's Nacht ist, ne? Wir sind die einzigen auf dem Körper. Ah ne, das sind Pferde. Skelettpferde? Was sind eigentlich diese Zombiepferde für Dinge? Wiss ich nicht. Ach, stimmt. Oh lol. Guck mal, er hat nen Fohlen bekommen. Oh, so klar, das ist tödisch. Scheiß Dreckspferd. Ja, Pferdefleisch, Digga. Bestes Fleisch. Gibt's überhaupt? Keine Ahnung. Hier ist die große Höhle, die ich vorhin meinte. Ja, da können wir auch nochmal rein, wenn du Bock hast. Warte mal, hier unten ist EP. Ist hier irgendwas verbrannt? Hier hat irgendwer gefarmt. Zumindest sieht das für mich so aus. Ja, ein wenig. Okay. Da hinten geht's glaube ich noch rein. Ja, aber für mich sieht das hier so ein bisschen suspicious aus. Da ist nur ein Zombie. Aber da geht's auf jeden Fall noch tief rein. Hm. Dann lass doch mal reingehen. Ich könnte schwören, hier hat bestimmt jemand ne Basis. So wie das da eben abgebaut war. Könnt sein, ja. Weil ich echt sagen muss, wenn wir jetzt eine finden sollten. Ich mein, wir dürfen's zwar. Also looten. Aber? Das wär halt schon mega behindert. Weil guck mal, wir haben viel später angefangen. Juckt mich doch nicht. Ja, aber ich weiß noch, ob du's regelrecht gelesen hast. Ja, sag an. Ja, man muss, man sollte schon mit Menschenverstand handeln. Ja und? Was hat denn das mit Menschenverstand zu tun, wenn ich eine Base finde? Ja klar, aber guck mal, dann haben wir nichts eigenes erreicht so. Weißt du, wie ich mein? Digga, weißt du eigentlich, wie mich das interessiert? Ja. Ich hab eben schon Leben verloren, damit wir, damit die anderen vielleicht nochmal den Hauch einer Chance haben. Oh, sorry, Alter. Jetzt pusht er sich aber richtig hier. Ja, hallo? Digga. Oh, ich kann nicht mehr laufen, Alter. Vielleicht verhungere ich. Wir müssen jetzt schnell nach unten. Ja, du weißt, wenn man rennt und auf Dinger zu rennt, das gibt mehr Schaden. Wenn man springt, ja. Steht ja auch dran. Wenn in Mainhand. 1,6. Wie sieht's hier aus, Digga? Ja, hier hat sich nichts getan. Was auch sonst? So, ich werd jetzt erstmal alles gucken. Ich stehe dir vor so alles gelootet jetzt. Ne, jetzt ist es unmöglich. Ich hab dir kurz geglaubt, Junge. Hm, vielleicht werd ich das da vorne doch wegmachen. Ja, ja. Seeds hast du auch im Backpack, ne? Ja, ich hab aber auch nochmal vier neue. Ja, ich hab auch nochmal drei neue gespeichert. Warte, ich hab noch, warte, warte. Ähm, wie mach ich denn so Schalen? Ähm, links, unten, links, Mitte unten, rechts. Links, Mitte unten, rechts. Links, Mitte unten. Ah, wenn ich da jetzt Pilze reinmach. Ja, dann kriegst du ne Suppe, das ist schon richtig, ja. Nee. Gib mal her. Nee, ich hab jetzt, ich hab jetzt die Schalen und dann mach ich die Pilze drüber, aber da kommt nichts. Nur ein Pilz oben in die Mitte. Also einfach genau in die Mitte. Ja, schon. Aber das geht nicht. Guck, mach's selber. Weh, bei dir geht's jetzt. Ach nee, warte, warte, ich glaube. Nee. Okay, so geht's nicht. Ich dachte schon, man muss die Pilze noch verarbeiten oder so. Ach nee, komisch, warte. Ich hab hier noch, hier ist Essen. Hier ist Essen. Vielleicht gibt's das halt nicht mehr in der... Ja, es wird bestimmt noch geben. Warte. Ach, schade. Wolltest du in ein Ding reinpacken. Eisen, ja. Ja, kannst du machen, der oben ist leer. Ja, hab ich gemacht. Ja, schrei doch nicht so. Nee, du schreisch. Digga, ohne willst du gehst manchmal so auf den Sack, ne? Echt jetzt? Nö, alles gut. Ich hab mir nen Helm gemacht aus Leder. Guck mal hier. Zuhälter, Digga. Zuhältercap. Bitch. Digga. Baus. Baus. Ach leu, guck mal hier. Ich hab nen Stick. Ich hab nen Stick in der Hand. Ich bin ein Döner. Mit der Rechten... Ich kann den mit der Rechten gar nicht angreifen. Das war scheiße. Ist halt nicht für alles gedacht. Hat dann mal, Junge. Haben wir noch irgendwo Chicken drin? Äh, ne, ich hab aber noch zwei hier. Ja, ne, ich hab selber noch. Wie man warten kann. Okay. Äh, man könnte mir mal Schuhe machen. So, wir sind schon fast drüber mit der Zeit. Ja, passt. Das dauert noch ein bisschen. Ach, 30 Minuten jetzt. So, äh, hab ich... Ich sag jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich kann mir Schuhe machen. Ja, Digga. Hier. Du kriegst ein. Zwei, drei. Danke. Äh, Leute. Danke fürs Zuschauen. Gleich kommt die nächste Folge. Nicht mehr... Morgen, ne? Ja, wir nehmen aber jetzt die nächste auf, ne? Verstehst du? Verstehst du? Ja. Gut. Freunde, ihr wisst ja, wenn's euch gefallen hat, zeigt's mit einer positiven Bewertung. Äh, unter mir kommt ihr zu zwei anderen Videos. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ich kann nicht muten, das ist ja schon klar, oder? Uh, alle... Ich kann nicht uns mit einfach rausnehmen. Ah, 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 ah. Tschüss. Ja, wir verabschiedet mich. Buhee! Mikro Graf Mikro Graf Bis zum nächsten Mal.